Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. Heute mit ein paar besonderen Gästen. Ich fang mal einfach links neben mir an, da haben wir das grüne Koala-Baby, besser bekannt als Commander Krieger. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei unserem Superteamo! Ja natürlich, der auch. Er erinnert mich so ein bisschen an Superrichi, ne? Kommt zu dich gefliegt und so. So, dann haben wir der Das As Maka, wenn ich das richtig ausspreche. Fast, aber Moinsens. So, Mr. Semtex HD sollte eigentlich auch ein Begriff sein. Ja, Moinsens. Und natürlich ein Klarmitglied von mir, den Acid, mit viel zu viel Kohle. Moinsens. Der hat sich gleich schon mal diesen Black-Anivia-Skin geholt, damit wir gleich mal wissen, wo wir hier sind. Ja, aber der Das Marker muss mal wieder mit dem Taschenrechner spielen. Deshalb dauert das Ganze jetzt noch einen Meter hier. Ja, aber die kommen noch langsam mal. Ja, ja, der Hamster muss gefüttert werden, damit der Rechner schneller läuft. Also der Hamster ist bei mir bei 98, der ist jetzt bei mir fertig. Kennen meinst du die hyperaktive Ratte? Und LeBlanc braucht noch 97? Ja. LeBlanc braucht noch länger. Oh. Oh. Die LeBlanc ist hier der Lamarsch. Auf was für Taschenrechner. Gibt's Loll auch auf dem Handy, oder was? Ich glaube, dass es gibt... Ich hab sogar schon gehört, dass einige auf dem Tablet das spielen können. Auf so diesen iPhone-Tablets da, keine Ahnung. Scheiße. iPad nennen die sich. Ja, keine Ahnung. Ich bin so ein Apple-Hasser. Ich darf das nicht wissen. Ah. Tschüss. Tschüss. Keine Ahnung. Ich bin kein Apple-Fan, muss ich dazu ganz einfach sagen. Ich hab mir mal die Trote gekauft, ne? Joa, joa. So. Wie lange ich kein Olaf mehr gespielt hab. Deine Mutter... Ich bin OP. Deine Mutter ist OP. Ja, ja. Der Skin ist echt cool. Der Skin ist total limber. So. Wie ist das schön? Der ist über. Ja. Ich werde mal ein eiligen Jungs. Willkommen in der heiligen Schlucht. Gut, dass ich das auf Englisch habe. Ja, toll. Was sagt die da? Welcome to the Howling Abyss. Ja, super. Auch viel besser. Genau. Lux. Geh mal da rüber. Ich mach mich hier erstmal unsichtbar. Ja, nur genau da zielen sie alle hin. Veddah. Oh, oh, oh. 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 Ey, ist da gemächt schon in den Sack. Na, der Edith da wird ein wenig. Nerfig. Ich bin der lebende Ward. So, Freunde. Ich bin unsichtbar. Oh, Timo Living Ward. Ja. So, Blitz. Wer ist das mit? Hankern heißt das hier. Aua Komm ran hier Ja, nimm den Minion Nip, gibst den Minion aus Oh, nice Können gerade nicht viel machen, außer LeBlanc könnte ich fertig machen Aber die kriege ich nicht Ja Freunde, sieht scheiße aus für uns Ja natürlich Das ist mir auch nicht zu sagen Ich bin der Ward Fuck, ich komme noch nicht rüber Ihr müsst mal ein bisschen pushen Das hast du gerade gleich gesagt Garen ist hier Ja LeBlanc Oh, der kam echt rechtzeitig Na, ein bisschen schieben Wenn ich jetzt rübergehe, sehen die mich Ja, Kennen ist auch stark auf der Map Also Kennen ist einer meiner Main Champs eigentlich Und den auf dieser Map ist böse Ja, wenn der Timo nicht da oben rumpimmeln würde Ja, der Timo, der macht gleich die LeBlanc von hinten fällig Die war ziemlich down Die steht da links vorne im Busch Ja, ziemlich down Sieht aber anders aus Ja Äh, jetzt kann der Sind die alle im Busch Scheiße, ich komme hier nicht weg, Leute Das ist doch kacke Rennt einfach in den Tower, in den Gegnerischen Dann bist du halt so tot Aber die anderen können den König Nein So, der Blau kann man raus da Dann kann ich ein bisschen hier runterlaufen Ich habe auch kein Vielleicht habe ich auch nicht dabei Fuck Ja, aber das stimmt Und da war mein Koning oder die Aber ansonsten Man Soll ich eine Vorlage Demo für Das kann er gut Leute, was macht ihr da im Tower? Ja, die sind gerade ein bisschen stärker, ne? Im Early Game Hm Er ist das kacke Das hilft nicht, dass unser Koala da Er ist das scheiße Die Idee war so geil Aber ihr müsst euch da doch nicht reinprügeln lassen Jetzt hole ich mir Hier Egal, ich habe Kill geholt Zumindest habe ich was rausgeholt Wir haben jetzt mal gelernt, wo der Temo steht Oh, shit Ja, die Leglung ist nicht schlecht, ne? Ja, suddenly Leblanc Und gleich ist Acid dran Ja Aber ich habe wenigstens noch mein Ei Ah, das Fucking Egg Out of nowhere Jetzt farmt Der Krieger an zu farben Er braucht mal Ja, das ist ein bisschen mehr Support Let's see Ja, ich cool down Jetzt mal cool down So, hier sieht man mich nicht Ich stehe jetzt neben dem Tower Na doch, wenn du so schießt Dann kriegen die das schon mit, glaubst Ah, Ulti Jetzt wird's bei mir lustig Man So, Blitzcrank, jetzt anker mal einen hier auf dem Freien Cool down Cool down Du darfst auch deinen W-Spell dazu benutzen Mal ein bisschen schneller dazu unterwegs zu sein Hab ich noch nicht geskillt Was? Wack, den skillt man mit Also W, den skill ich als erstes hoch Oh, Q und E halt nur einen Skill ist mein Main bei Blitzcrank Oh Jetzt stoppst er euch bitte Danke Oh, nice Und da stehlt er die Kills Was? Mein Olaf opfert sich, weißt du Ja, mit Recht Mit Recht Du bist ja hier keiner, äh Du bist nur Mittel zum Zweck Ich bin nur Ablenkung, ne Ich steh hier mit meinen Hörnern und meinen Äxten Und leuchte ein bisschen, aber Ja Schöner Leuchtenpunkte, Märtha nicht So Wir müssen weiter einfach einzeln rausziehen Hier nochmal für alle Fürs Volk Dankeschön Bitteschön Let's crank Cool down Later Oh oh Ja, Chemo hat sich mal gedacht Tschüss Oh, jetzt gibt's Einmal ein Runja Dann gehen wir schon gleich auf die Ramadons Dann machen wir mal ein bisschen Schaden hier mit den Pilzen Oh Keine Mana Die machen uns kaputt Euch Euch Na ja Los, lauf, 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 Smaki, lauf Lauf, lauf Oh, Krieger räumt auf hier Na ja, jetzt kommt nämlich der Super-Temo aus der Ecke Lauf auf den Leblanc, Krieger Timo ist total dreckig auf dieser Clay-Map Ja ja, vor allem wenn er die Pilze erst macht und überall Pilzchen die Büsche legt Das ist womit er jetzt anfängt, der Krieger Ja Ein Pilzchen in Ehren kann keiner verwehren Nice Grab Der war nicht schlecht Ja, der war gut Ich dachte schon, ich dachte schon, das mag er doch gar nicht mehr Oh, hier kommt mal ein Pilz hin Nur da Die freuen sich So, Grab Zeit Oh, hier ist das Koala-Baby Alter Mach doch den Ketten kalt Drei Äh noch G Ja Ja, schade Aber ich hab Ketten gekriegt Ja, ja Mehr Pilze Wir brauchen mehr Pilze Mehr Pilze Brauchen wir eine schnelle Abklingzeit Oh Und zu skillen Ja, schön, Tower geht mit drauf Ihr Schweine Ich hab 30 Leben Ja Mich tötet ein fucking Minion Man muss sehen, wo man bleibt, ne? Du Ratte Jetzt haben wir doch einen Heal-Einkrieger Der steht einfach Ja Das war lauter sein Ja, wow, jetzt hab ich 210 Leben Das heißt, 30 Deswegen kaufe ich immer so ordentlich Potts Okay, dann 50 Ups Ja Ja Na, Selabi Okay, Sidestone brauche ich ja nicht Ja, brauchst du nicht? Sidestone So Und die werden gleich so kotzen, wenn Timo Und Timo geht gut ab grad Hm Jetzt sieht's doch schon wieder besser aus Für uns, muss man sagen Ja Bitsprings Zedill Ja, jetzt gibt es Pilze Oh, Cannon Ah Garon Okay, wen hole ich mir? Pieks Was? Smark, hast du nicht volles Leben gehabt? Nein Danke, Alistar Danke, Alistar Nein Nein Jetzt kein Hass Ja, ich sprach mal auf dem Rand, die Jungs Uah Timo Sehr schön Komm Ah, ein Turm, schade Ja, ja, aber Hauptsache tot Ja, ja Gegen mein Pilz auch hier mitten irgendwo im Weg, wie geiler Ja, ja Ich hab ja mal, komm mal her Timo, hier So ein bisschen hier Ah, danke Mal gucken Mal gucken, da ist schon wieder irgendein Ja, ja, das Health-Zeichen da hinten ist da Soll ich mir mal gerade Oh, da kommt ein Beyblade angeflogen Oh, diese hässliche Plastikkreise Ja Ich hab nie verstanden, was daran so toll war Nie Ich auch nicht Die sind so an mir vorbeigegangen Ja, grab den Tank, grab den Tank Oh Mann, wo geht ihm auf mich, Alter So ein Witz He 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 Oh, Timo ist so assi Ja, ja, ist er auch Lux ist nicht besser gerade auf der Map hier Ah, so macht das Spiel Laune Boah, mal hier ein Pilzchen drauf Oh shit Oh shit Ja unterwegs Bääb Unterwegs, unterwegs, unterwegs Ah shit schon mal reinhalten ja uns wieder den ok dann die ulti war gut die ulti kam scheiße ist keiner von den drauf gekommen rabadons das ist ein bisschen weiter da gern das muss man einfach nur immer schön ärgern dass der dauerfass auf dem auf dem mütze kriegt ja mann achs ins gesicht werfen so standard halt wie ärgert man leute einfach meine achs ins gesicht werfen ich komme das ist ein loskennen ist denken kennen wir uns jetzt kommt die schlechten wortspiele macht das video aus das existiert nicht geil bleib mal weg mehr pilze pilz power hallo möglichkeit nicht englischen richtig scheiß kennen und dann geht es in einem meiner liandries qual natürlich ärgerlich wenn ich da jetzt im pilz rennen würde wie die leblanc gerade weil er kommt ja leide leblanc und ich habe ein scheiß ding und da ist noch ein pilz weiter na ja schöner versuch tja nicht schön genug scheiße ich habe so wenig leben ich muss noch von minions umklatschen wir ziehen er darf keiner verwehren schöne mauer oh hi der hast mich ja da der gern wir wollen mich haben ich kann kurz wenn ich Timo sehe aber ich liebe ihn einfach es kommt auch an welcher seite man steht ja hol dir mal da gibt es energie auf dem freien geh mal hin hol dir immer ad das assi mit hinten da ist der Timo meyer der kenne meinen pilz gelaufen würde mich ja belasten ja nie wir kommen ja ich habe gleich sechstausend 5500 gold zu sein hast du sterben oh schade kennen tut mir leid da hat sich wohl das energie ding nicht gelohnt für dich da kommt gern angedröselt tschüss Garen oh komm her hier tschüss ich habe ja noch eine fahrschein jolo 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 jetzt wissen wir auf welchem niveau wir hier spielen ah sehr schön brauchen wir Pilze jolo kennen die man hier auf die healpoints am besten mal schon legen weg mit der sau jetzt lauf die healpoints die will wenn ich sterbe ist sowieso sind sie für die du 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 komm Garen komm irgendwie ist ja falsch ne oh die Andries Qual könnte jetzt bösartig werden für den Gegner komm Garen du kriegst kein Schattdorgen oh fuck ich habe gar nichts gemacht ich habe keinen Marder oh keinen oh keinen oh keinen oh keinen weil sie einen armen Jungen haben wollen oh lass mir das helft ok ja super weil sie haben wieder alle meine Pizze kaputt gemacht die Schweine ok das wars jawohl nice oh schlecht 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 gut 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 töten 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 ja komm her Garen was willst du du sterben Garen renne ich weg stell dich deinem Schicksal lass uns fieden ach ne ach ne fieden muss nicht sein Leute oder ne 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 man kann auch mit Anstand verlieren ja ja da deswegen stein Krieger da im Bus ne ja ja natürlich was anderes kennt Krieger ja nicht nehm wir nochmal oh LeBlanc alter hatte sie mich alleine genommen oder was LeBlanc vorgeratt sage ich stirb LeBlanc nein ey die hat doch weniger als 10 HP gehabt oder tschüss ja ich renne die weg du Schwein Ist er doch. Ist tot. Ace. Ace heißt Porsche. Niek man da. Du bist tot. Tschüss, Gerber. Double Ace. Oh, Ken. Ken mag mich nicht. Kenntest du den? Ah! Komm her, Kennt, du Sau! Tschüss, Gerber. Tschüss, Krieger. Gut. So will ich in die Folge. So, Mann, ab, bitte verkaufen. Hier hilft, bitte verkaufen. Braucht keinen Schwanz. Ja. Alice, da. Rennen doch mal in meinen Pilz. Zieht euch mal zurück. Der Sommer, das Hälfte daneben. Nein, nicht Du's Marker. Ja, ist ja kein Wunder, dass hier keiner, dass ich hier keinen Kill kriege. Soll man ein bisschen spielen? Also, ich fand nicht, dass unsere Team-Up-Stellung OP ist. Nein, ich will auf die Kamera. Ah, da ist es nicht vorbei. Ups. Ja, so wie ihr spielt nicht. Ich hab' die ganze Zeit keine Mana. Scheiße. Momentchen noch, ich bin gleich da. Tschüss, Gerber. Oh, oh. Tschüss, Gerber. Kennen, du Schwein. Nein. Kennen, du Ratte. So ein Schmacki klaut ihr mir. Nein, jetzt komm ich nicht auf die Kamera. Nein. Jawohl, Alter. Ey, ich hab noch 5.000 Einhaut-Goldbecher gehabt. GG, Leute. GG. 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 Ja, das war eine Runde Aram mit Krieger und Konsorten, sag ich mal. Und ich würd' sagen, wir waren nicht OP, nein. Irgendwelche Abschlussworte von euch? Ja, auf Wiedersehen hat es Spaß gemacht. Wir gehen mal an die Abschlussstatistik. Das mag er. Jawohl. Bitte? Ja, ich hab noch 5.000 Einhaut-Goldbecher gehabt.